Der Preisalarm des Tages. Ja, auch heute haben wir natürlich wieder hier bei PölTV unseren Preisalarm des Tages für Sie. Das bedeutet immer, tagesaktuell haben wir ein Produkt richtig stark für Sie reduziert. Und da handelt es sich heute um einen mobilen Akku-Thermo-Label-Drucker. Und ich finde das wirklich richtig praktisch. Man kann alles ganz einfach beschriften. Und wie das ganz genau funktioniert, das zeigt uns Ralf jetzt. Ja, wenn man uns Deutschen zwei Sachen nachsagen kann, dann ist es Ordnung und Pünktlichkeit. Und von der Ordnung und der richtigen Beschriftung sprechen wir mal. Monika hat den Labeldrucker in der Hand und der ist jetzt per Bluetooth mit diesem Handy verbunden. Und ich möchte Ihnen, dass wir zeigen, wie einfach das ist. Es gibt eine kostenlose App, die ich jetzt geöffnet habe. Und hier tippe ich einfach mit der Hand drauf. Und jetzt habe ich die Option, meinen Schriftzug einzugeben. Einfach hier Doppelklick drauf. Dann haben Sie jetzt das Feld. Und ich drehe es mal kurz rum und schreibe mal Monika. Und dann machen wir weiter nach vorne. Monika. So. Und das sage ich jetzt ist, okay. Jetzt möchte ich die Größe anpassen ans Etikett. Schauen Sie mal, das geht ganz einfach. Wow. Jetzt gehen wir aufs Maximum. Jetzt habe ich Monika. Oh, ich habe, siehst du, da müssen wir nochmal zurück. Müssen wir nochmal. Jetzt hätte ich fast deinen Namen falsch geschrieben. So war es aber auch. Monika. Also, machen wir es richtig. Das ist, wenn man es über Kopf macht. Der Künstlername höre ich gerade. Also, da ist das I-K-A. So, jetzt sind wir aber richtig. Monika. Ja. So, und jetzt gehen wir auf die Größe, dass wir es ganz ausnutzen. Und jetzt gehe ich nur noch auf Drucken. Und jetzt fragt er mich nochmal. Alles okay. Ich könnte auch die Schriftart verändern. Ich kann es unterstreichen oder ähnliches. Aber wir drucken das jetzt einfach mal. Und da gucken Sie. Oh ja, es ist schon fertig. Da ist es ja. Das ging ja schnell. Da hast du es. Schauen Sie mal. So, gibt es irgendwas, was du zu Hause mal beschriften willst? Vielleicht dein Briefkasten, die Klingel? Ja, das stimmt. Wolf. Also, ich bräuchte meinen Nachnamen. Deinen Nachnamen. Dann machen wir den doch. Gehen wir einfach wieder zurück. Und da sehen wir auch, wie einfach das ist. Wir können auch Vor- und Nachnamen machen. Aber was möchtest du? Vor- und Nachnamen, oder? Ich glaube, einfach nur meinen Nachnamen für meinen Briefkasten. Also, dann fangen wir nochmal von vorne an. Und schreiben Wolf. Der Wolf wohnt hier. Das ist ja richtig praktisch. Also, du siehst, wie einfach das ist. Und jetzt kann man alles labeln. Es geht auch um Aktenordner oder Ähnliches. Um Kabel, die man beschriften kann. So, machen wir es groß genug. Da ist der Wolf. Ui, ein bisschen zu groß. Sehen Sie, da haben wir jetzt die Kontrolle. So wäre es jetzt nicht okay. Deshalb gehen wir nochmal zurück. Passen die Größe nochmal ein bisschen an. So. Und jetzt gehen wir auf Drucken. Jetzt ist es perfekt. Und das ist schön, dass wir diesen Vorschau-Monitor haben. Schön. Das nehme ich mir mit. Wunderbar. Wenn wir nochmal zurückgehen, sehen wir hier. Kann ich es zum Beispiel unterstreichen. Ich kann es dick herausholen. Ich kann die Schriftart verändern. Ja. Ich kann es kursiv machen. Ich kann es rechtsbündig, linksbündig, mittig machen. Ich kann sogar Bilder hinzufügen. All das geht in diesem Programm. Und ich finde das der Wahnsinn. Und sowas ist unser Bestseller. Das können wir auch sagen. Unglaublich viele haben das schon gekauft. Und Sie bekommen es heute und nur heute zu diesem fantastischen TV-Sonderpreis. Ja. Und der liegt hier und heute bei nur 24,99 Euro. Und natürlich werfen wir auch nochmal einen Blick zu Pöll.de und schauen uns dort nochmal den Preis an. Und dort als Preis ist bei knapp 34 Euro. Das finde ich auch schon super. Aber wie gesagt, heute hier bei uns für nur 24,99 Euro. Und Sie müssten mal hier bei uns in die Maske schauen. Da ist wirklich alles bedruckt. Ich weiß, dass Carsten seine ganzen Haarbürsten und seine Pinsel alles mit seinem Namen bedruckt hat. Das ist einfach clever und geht einfach super schnell. Ja, so und 8 Meter dieses Klebebandes der einzelnen Etikette sind schon dabei. Und wenn Sie sagen, ich möchte meine ganze Wohnung labeln, wir haben noch zwei Ersatzrollen. Und auch diese Ersatzrollen, also insgesamt 16 Meter Label, bekommen Sie jetzt fast 10 Euro günstiger als der reguläre Pöll.de-Preis. Einfach gleich mitbestellen. Dann haben Sie mal Ruhe und dann können Sie labeln, was das Zeug hält. Sämtliche Ordner, Kabel, Bürsten, wenn es sein muss, die Zahnbürste, was auch immer. Und so einfach war es, glaube ich, noch nie. Ja, also am besten auch die Ersatzrollen mitbestellen. Das Zweier-Set für nur 14,99 Euro. Das macht natürlich Sinn, weil dann hört der Spaß hier gar nicht mehr auf. Und Sie können wirklich alles hier bedrucken. Das ist auch wirklich super einfach. Sie haben es gesehen, geht auch richtig schnell. Also am besten direkt bestellen mit der ZX 51 71 und der 569. Und natürlich auch gerne die Ersatzrollen mit dazu bestellen. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß.